Hey, Wochenende! Ja! Ich weiß, ich kling wieder so, als hätte ich die ganze Nacht gesoffen. Aber das liegt einfach daran, dass es noch relativ früh ist, beziehungsweise für das Wochenende ist es relativ früh. Okay, wir haben jetzt 12 Uhr. Das heißt, wir haben eigentlich gleich Mittag. Trotzdem klingt meine Stimme irgendwie heute noch ein bisschen seltsam. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt kein Effekt oder so. Ich kling einfach sehr besoffen und... Ja, vielleicht werde ich ja krank. Kann ja auch sein. Naja, auf jeden Fall Wochenende und natürlich damit wieder ein neuer Livestream, der uns bevorsteht. Wir zocken natürlich Heavy Rain weiter. Im letzten Livestream am letzten Samstag haben wir schon drei Stunden reingezockt und es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht, auch wenn ich ziemlich gefehlt habe. Ich könnte mich jetzt versuchen herauszureden, weil der Controller kaputt war, das Wetter war schlecht und ich hatte nicht gut geschlafen und so. Nein, ich habe einfach scheiße gespielt und ganz ehrlich, ich habe auch irgendwie... Ich hatte das nicht ganz verstanden, dass man immer nach... Dass man den Analogstick also mehrmals nach rechts und so drücken. Ich habe immer nur einmal nach rechts oder nach links halt in die jeweilige Richtung gedrückt. Aber das sind alles nur Erklärungsversuche, die jetzt sowieso nichts mehr bringen. Wir werden auf jeden Fall heute weitermachen. Ich denke so gegen 16 Uhr und ich werde wohl, so wie es aussieht, auch wieder Unterstützung bekommen. In Form von einer Person, die das Spiel quasi selber programmiert hat. Sie hat es quasi... Ja, sie kennt es in- und auswendig. Also es ist so ein wandelndes Heavy Rain Lexikon einfach. Und sie wird dann wahrscheinlich auch mal spielen oder hauptsächlich spielen oder mir Tipps geben, mich schlagen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir dann wahrscheinlich ein bisschen besser vorankommen. Allerdings haben wir noch keine Person verloren. Aber würde ich heute allein spielen, dann würden wir wahrscheinlich in Heavy Rain auch ein paar Personen verlieren. So, für die Duschszene, da muss ich mich nochmal entschuldigen. Das tut mir leid. Und vielleicht spielen wir dann Heavy Rain einfach wann anders nochmal. Naja, es gibt auf jeden Fall noch andere coole Sequenzen mit der guten Madison Page, die ich ja bekanntermaßen sehr nett finde. Also es ist eine sehr nette Dame auf jeden Fall. Und da gibt es dann bestimmt noch die ein oder andere. Ja, ne? Wird auf jeden Fall noch cool. Ich freue mich auf jeden Fall. 16 Uhr bei Twitch. Ich kann ja mal ganz kurz noch mal ganz kurz hier Werbung machen für meinen Twitch-Kanal. Weil das auch immer viele fragen. Einfach twitch.tv slash peset underscore live oder einfach unterhalb des Videos den Link euch mal angucken oder dann draufklicken und dann abonnieren. Weil wenn ihr da abonniert, dann bekommt ihr auch immer eine Benachrichtigung. Wenn ich gerade streame, das ist ganz cool. Es kostet euch nichts, aber ihr wisst dann halt wann ich streame und so. Und ja, ist quasi wie bei YouTube. Und nochmal für die Leute, die sagen, ich würde irgendwie mit Twitch oder mit der Werbung, die dann da vorgeschaltet wird vor dem Livestream, Geld verdienen. Hallo, ganz ehrlich, ich verdiene da keinen Cent mit. Und ich mache das wirklich einfach nur aus Spaß nebenbei, neben YouTube. Und ja, ich verdiene da wirklich nichts. Deswegen, das mit dem Abonnieren ist natürlich komplett freiwillig. Kostet euch nichts, kostet mich nichts. Aber ihr bekommt dann halt mit, wenn ich gerade streame, weil viele immer sagen, hey, ich habe es verpasst und so. Einfach mal so, ne? Einfach kurz abonnieren und dann ist jedem geholfen. Ja, in dem Sinne dann, ne? 16 Uhr, Heavy Rain. Mit der guten Jule, ne? Und, ähm, wirst bestimmt cool. Ich freue mich auf jeden Fall extrem. Bis dann. Ciao, ciao.